ARD Text im Auftrag von Funk 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 Und der Jump, Jungs! Wie fandet ihr mein Jump? Der Jump? Ich wollt' ihn auch machen. Nice! Wollte wecken? Guckt meinen Blick an im VOD, ich wollte jumpen. Was wird's denn in der Falle? Guckt meinen Blick an. Ey, Mann, ihr müsst'n mal den Rücken decken! Ich hab' gar keine Muni mehr. Der random deckt meinen Rücken nicht, ich raste aus. Die Mitglieder können dir Munition abgeben, wenn's nicht knapp wird. Max! Nee, jetzt musst du auch mal hier deine Munition noch mal, du musst das jetzt auch mal, auch nicht alles immer direkt verschießen und auch mal einteilen. Max! Hier steht Gewehr-Munition, mal frei. Das nehm' ich. Wie dropp' ich dir Muni? Frag mal an bei mir. Aua! Hilfe, Hilfe! Max hat mir die Muni geklaut, ich kann nichts machen. Ich hab' nur noch wenig Schuss jetzt. Wie kann ich Muni abgeben? Ich mach' eh nur Headshots die ganze Zeit. Hilfe! Leute! Wie spielt ihr denn mich schlecht? Du hast unseren besten Spieler die Munition geklaut, der spielt schlecht. Ich bin ganz zurück an den Anfanggang, Jungs. Okay! Ich bin der beste Spieler, das war's sick. Drei Schüsse, vier Kills. Hier liegt Munition, ich lass' sie liegen! Junge! Ich hab' 390 Munition, wohin damit? Kann mich einer heilen? Ich hab' 409 Schuss. Ich hab' zwei... Jeder hat da andere Dings. Außer Max. Ja, Max hat einfach nur meins sind schlechter. Ja. U-Wartspunkte verdient. Bereite rein! Ist das Geld, ist das Zeug, was wir hier kaufen? Ach, das geht jetzt genau hier weiter? Ah, okay. Jetzt hab' ich ne geile UMP. Oh, wir müssen hier gleich reinrennen, gell? Ey, das ist die Szene, das ist die, das ist das Game, aus dem Gameplay-Trailer, lol! Hier rein, rein, rein! Ja, 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 lol! Wie witzig! Das ist ja ultimativ entgegen, da können wir den überhaupt töten? Ja, guck mal, der hat doch Leben, der hat doch Leben! Kann der hier reinkommen? Kommt der hier echt rein? Ja, ja, wir müssen so rückwärts laufen und den die ganze Zeit wahrscheinlich ballern, oder? Ja, doch. Guck mal, wir können voll der nicht raus. Ah, der hat eine Lebensanzeige, ja. Ja, ja. Baller drauf. Das ist, äh, Order. Oh, der ist schnell! Boah, wie Zemmich der kriegt, der kriegt mies eins aus dem Raum, alter. Ohooga ist ja witzig, aber hier hinten ist der Dings zu Ende, oder? Hier geht's weiter, der Random hat den Weg. Hier entlang! Der Platz, was auch. Oh! What? Ich fand eigentlich den Standard ganz geil. Du hast mich irgendwie überredet, die ich kann, wie sie herla. Du kannst dir ja Rotpunk kaufen für ein bisschen. Ja, hier sind diese Fernkampf-Zombies immer wieder. Lade nah! Lade nah! Was haben wir denn? Wir haben eine Handfahrt-Arte, Jungs. Wer für Monotalk-Cocktail? Das hat geschallert. Das war gut. Au! Wer schießt hier auf den Propan-Trank, wenn ich daneben stehe? Oh, oh. What? Das ist eine Ultra-viele Hilfe! Bitte helfen Sie mir! Müssen wir in den Schutzraum, oder was? Nein, nein. Ne, den Schutzraum sind ganz viele Zombies! Ja, ja. Erst, erst töten. Raus aus dem Schutzraum! Hilfe! Ich brauch Hilfe im Schutzraum! Der Schutzraum bietet null Schutz in der... Gar nicht. Null Schutzraum. Tür zu, der Letzte! Tür zu! Max hat nicht die Tür zugemacht. Komm mal, hat er die Tür zugemacht. Heile mich! Max lebt am Berg. Let's go! Digga, die kommen ja einfach aus den Büschen, ne? Das ist gefährlich auch. Das ist gemein. Also in der richtigen Welt... Normalerweise stirbt man ja, wenn die einen einmal treffen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja eigentlich impossible. Was denn? Du wärst ja sofort infiziert. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. Wenn du einmal getroffen wirst. Das ist richtig. Das ist geil, Mann. Was? Starte den Kiesfiller. Ruf die Horde. Wenn wir jetzt das machen, kommen noch mehr Zombies, ne? Ich hab den Kiesfiller gestartet. Ich hab'n Defibrillator. Was ist jetzt? Was hast du gestartet? Den Kiesfiller. Das hat er gemacht. Damit wir dann da hochkommen. Woll, Spacko? Nein, ich fahre im letzten Kanister oder so. Es ist geil. Wir können rüber, Jungs. Wir gehen. Die müssen doch immer schön looten. Nur so wären wir OP. Okay. Ja, ja. Wie seid ihr da rüber gekommen? Gelaufen. Ihr dürft niemals einen Maid zurücklassen. Es gibt Punktabzug. Oh, hier ist ne Phoenix 350. Das darfst du beim Spiel niemals machen. Einschlafen. Ab zum Schutzraum. Wir sind das Dreamteam. 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 Ich glaub, das war ich tatsächlich. Nicht warten. Fährt ihr mich? Digga, ich kauf mir ne Sniper und auf einmal kommt die größte Map überhaupt. Pass besser auf, wo du dich hinstellst. Ah, die sind auch hinter uns gekommen. What the fuck, kommt der her? Oh, die kommen von allen Richtungen. Oh mein Gott. Die kommen aus allen Richtungen. Das mag ich nicht. Mein Gott, ja, ja. Ich hab auch ganz stark Damage kassiert gerade. Da ist Ordan, klein. Er ist tot, oder? Nein. What the hell? Hab ihn, hab ihn. Was war das denn, Alter? Ich kann mal ein paar Pilken reinziehen. Oh, die kommen hier hoch einfach. Hey Leute, leid doch mal ein bisschen bei mir. What the fuck? Oh, was machst du da hinten? Du bist doch am spawnen einfach. Ich snipe von hier. Helft mir, brauche ich Unterstützung. Ich kann nicht mehr Sprit, ich kann... Ja, das war's. Ich bin, ja, ich bin im Griff. Ihr Assis, ihr Assis. Ihr habt mich jetzt zurückgelassen mit so einem Typen, der mich ein... Der Stunt mich. Der Stunt mich, der Stunt mich. Ich hab keine Ausdauer mehr. Wow. Das ist ein bisschen scary. Das ist ein bisschen scary. Ich will, ich will einen Zombieslayer, der übel satisfying ist. Aber ich will nicht so... Das war unheimlich gerade. Ich brauch wieder ein Stummgewehr. Wusste ich, dass meine Mates mich einfach so zurücklassen. Ich bin ganz slow. Ein Kotzer hat mich angekotzt. Hilfe. Ich komm noch nicht drauf klar, wie mein Schick zurückgelassen hat. Scheiß. Oh mein Gott. Okay, jetzt wird's end, Jungs. Will ich mich hier heilen? Ich hab keine Heilung mehr? Hilfe. Ich geh an die Mini-Gun. Ich geh an die Mini-Gun. Ich geh an die Mini-Gun. What? Wo sind alle? Bin gestunt. Bin gestunt. Umatra, Deckung. Deckung Umatra. Kannste knicken. Ich werd keinen Sprengstoff platzieren. Ich komm nicht ins Schiff rein. Ich glaub, der andere platziert einen anderen Sprengstoff. Der random. Umatra, Hilfe. Kann ich mehr sprinten Umatra? Ich bin tot. Nein, bist du nicht. Ich hab Mini-Gun. Ey, sag mir bitte. Irgendjemand hat Sprengstoff mitgenommen, Jungs. Mach keinen Scheiß. Ich hab Sprengstoff mitgenommen. Ich komm nicht ins Schiff rein. Warum? Ich hab keine Ausdauer. Ich hab den Team jetzt an Aft. Ah! Keine Muni mehr. Keine Muni, keine Ausdauer. Ich bin tot. Jetzt bin ich einmal reingekommen und ich bin instinkt tot. Max, unglaublich. Keine Chance. Komm jetzt, komm jetzt. Wo hast du die Muni? Wo hast du die Muni her? Ich hab keine Muni. Du bist voller Blut, Alter. Zwei Magaziner? Ich komm mit rein. Das falsche Magazin. Ich hab kein Gewehr. Was hast du für Muni? MP. Ich bin überladen. Das ist gut. Schauber. Max, du musst jetzt mitkommen, ja? Ich bin dabei hinter dir. Max, du musst jetzt einfach sprinten. Oh, ich kann nicht mehr sprinten. Ich bin zu verletzt. Der Team ist gefahren. Das war's. Komm mal mit, komm mal mit. Hier runter und jetzt da das Ding platzieren. Los. Geradeaus durch. Du hast auf mich geschossen. Natürlich. Geradeaus durch. Ja, du siehst es da. Ganz dick. Zieh vier Platzchen. Sprengstoffe plötzlich auf 1 HP. Kommt ein Zombie. Und... Jungs. Also, nee. Du hast gesagt, spring hier runter. Hast du gehört? Ja, ich probier's. Komm mit. Probier's? Ach, du hast es nicht mal in der Hand. Jetzt ist es da, ja. Es ist mir runtergefallen, weil ich tot war. Weißt du? Das fällt dann runter. Ah, hier ist ein Dicker! Oh! Und ich bin gestunt! Ich bin gestunt, Cage! Komm mit, komm mit. Komm jetzt hinter dir. Ich seh dich nicht. Komm, 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 renn. Keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer. Ich kann nicht mehr sprinten. Oh mein Gott, was geht hier ab? Geht nichts. Falsche Waffe, falsche Waffe. Das war's. Auch tot. Alle tot. Nee, Jungs. Fehlgeschlagen. Das war gar nichts. Romatra hat vor 35 Minuten das letzte Mal geredet. Wir dürfen Max nie wieder Objectives geben. Ja, aber du wolltest ja da bleiben. Ja, ich wollte da bleiben. Ja, war dumm. War mein Fehler. War mein Fehler. Ich hab gedacht, Max kann da hingehen. Ich bin auch mit Lowlife runtergegangen. Und jetzt wird Ausdauer leveln müssen. Ah, hier ist der Crusher. Der Crusher-Endgegner ist hier. Hallo? Toten bin gestackt. Warum bist du denn schon vorgerannt? Ich meinte, ich bin zu weit hinten. Hallo? So, ich muss jetzt auch rennen. Eine Minute. Eine Minute. Raus da. Raus da, Jungs. Achso. Hey, das hat auch geshoppt. Alter, unser Mates hat's auch geshoppt. Zuck. Alter, let's go. Let's go. So. Okay, geil. Digga, das macht irgendwie Bock. Es macht irgendwie Bock, oder? Es ist so geil, es ist einfach wieder left for dead. Das ist so... Keine Ahnung, left for dead ist doch uralt. Das ist doch schon... Ich hab's ja... Das sieht einfach aus wie... Verschlossen! Benötigt Pick-Up? Ne, Pick-Gun. Was ist ne Pick-Gun? Äh... Hier müssen wir rein. Nein, nein, da müsst ihr nicht rein. Das ist optional. Die können wir nächstes Mal mitnehmen, bevor wir starten. Der Romatra ist tot. Ja, ihr müsst ohne mich weitermachen jetzt. Hier bist du gestorben? Keine Ahnung. Ja, aber ich hatte so ein Rangestorm einfach gewonshottet. Bullshit, er ist die Brücke runtergefallen. Er ist einfach ins Wasser gefallen. Könntet ihr's endlich lernen? Oh mein Gott, Romatra, du bist ins Wasser gefallen. Sei ehrlich, du Schwanz. Ins Wasser gefallen, hoffentlich kriegst du jetzt keine XP. Oh, Reimax Twitch wird von Reapers verteidigt. Wie findest du das? Find ich gut. Abgeschlossen. Und in Ranged Zombie gewonshottet. Er ist einfach schwimmen gegangen, obwohl er weiß, dass er nicht mal so Seepferdchen bekommen hat. Ey, ich wünsche, das wäre jetzt schon die Vollversion, man. Da hört man echt Grind, dass man auch so Level kriegt und neue Perks und Extras und alles. Und immer schwerer und immer neue Level und der ganze Scheiß und geilere Waffen und weißt du? Oh, hier ist ne Vektor. Oh, was sind das für Sounds? Was passiert hier hinter? Wieso? Wieso schiebt das? Warum kommen hier so viele Zombies? What the fuck, dude? Oh, ich hab auch Knallkröte drauf. Das ist so wie Affen. Ja. Da ist ein Crusher, Crusherangriff und direkt tot. Einer nach einer Sekunde tot. Digga, wie nebelig ist das? What the fuck? Nee, übel nebelig, Alter. Sniper voll gut für Long Range im Nebel. Ich spiel die Sniper bei dieser geilen Schiffsmission mit 500 Meter Sicht auf dem Turm. Und er spielt in einem Wald bei übelsten Nebel in der Schlucht, die Sniper. In der Schlucht. Diese Schotty aber als Secondary ist übel geil. Die hat einen Schuss, aber dafür schießt er beide Kugeln auf einmal. Oh, was ist mit mir? Was ist mit mir? Was ist das? Was war das denn jetzt? Keine Ahnung, habt ihr geholfen? Ich werf den rein und wir ballern. Los geht's. Alright, let's go, let's go. Und werfe. Das war... Das war insane, Revers. Hast du schon mal ein Zombiespiel gespielt? Nein. Nein, sagt er. Revers wurde das Gefühl von zwei Zombies aufgezogen. Letztes hier bei Ruth. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Hör zu, Affast. Let's go. Ja, das ist halt ein Low Speed, egal was wir jetzt gemacht haben. Ja, alles was wir machen ist weg. Die ganzen Punkte. War das ein Winseln, Max? Ja, das war kurz vor ein Winseln. Hast du ein Winseln? Ich hab ganz schwer gearten. Hast du nicht selbst vorbei gemacht? Ja, weiß ich nicht. Ich hab versucht es runter zu schlucken, dass man nicht so merkt, dass es mich belastet. Lockt das dir an? Ja, definitiv. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der Scheiß stinkt, sagt der. Der eine Dude ist am Verrecken. Der soll ich mal Matt gegeben. Der hat doch. Ist der lost? Ich wusste das auch erst nicht, wie man sich haltet. Das ist ganz normal. Wie viele kommen dann noch? Ich brauche Deckung. Fack, 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 Hilfe. Ihr könnt schon durchziehen, das wisst ihr. Ja, ich bin fast durchgegangen. Oh, ich sind Vögel, ich sind Vögel. Und Vögel aufgeschreckt. Willst du noch Hilfe? Der eine teammate liegt. Der lebt noch. Ich auch. Ich auch, ich bin auch gleich. Wie viele kommen denn da noch? Wie viele kommen denn da, hallo? Wir haben halt Vögel noch aufgeschreckt auf der anderen Seite. Was soll das? Mach mal. Ich schieße hier weiter. Drücke 5 um Humatra. Hallo! Sehr gut. Ey, die hören nicht auf. Das ist ein Bug. Das ist ein fucking Bug. Das sind auch immer mehr. Wie gesagt, wenn wir einen töten, kommen zwei wieder. Was ist das? Das ist doch nicht normal. Es kommen immer mehr nach. Wenn wir einen töten, kommen zwei nach. Renn, Max, renn! Renn, Renn, Renn! Die Zombies zerfrieten mich. Ich kann einfach nichts machen. Ich kann nicht sprinten. Ah, das ist so frustriert. Ich kann einfach nicht sprinten. Die fressen mich. Also, denen habe ich noch mal eine gegeben. Ja, die fressen mich halt. Ich finde das so witzig. Ich entkomme den Spießrunden noch. Das ist ja unfassbar unentspannt von Zombies gefressen zu werden. Oh mein Gott, wie viele auch. Oh mein Gott. Die fressen, Digga. Das ist ja ein Albtraum. Gib einfach auf. Okay, letztes Leben, glaube ich. Letztes Leben, Mann. Finde aber gut, wie lange wir den Spieß ruhten. Also, es kommen unendlich Zombies. Wir töten sie 10 Minuten, bis wir merken. Achso, wir müssen abhauen. Aber dafür haben wir gut gelebt. Ja, aber was auch die Missionsstellung. Warum steht da überlebe? Also. Wir haben da drei Viertelstunde gefeitet, Alter. What the fuck? Hä? Wie los? Wir haben 10 Minuten da gekämpft. Geil los hier. Da kommt ein paar Zombies an, Max. Das sieht so beängstigend aus, wie die da angreifen. Ja, das mag ich irgendwie. Das ist irgendwie geil, aber das ist auch ein bisschen... Ich weiß gar nicht. Zum Beispiel... Call of Duty Zombies war gar nicht gruselig. Das ist jetzt hier auch so ein bisschen gruselig. Was macht der? Wirf doch einfach hier rein. Das sieht ein bisschen nach Outlast aus, muss ich sagen. Oder? Ja. Aber auch ein bisschen nach Days Gone. Jetzt keiner sterben. Wir haben noch ein Leben. Letzter Auftrag, letztes Leben. Hallo, YouTube. Du Scheiße. So kann mein Kälter nicht sprinten. Das geht, Alter. Digga, Hälfte Leben schon verloren. Hälfte Leben verloren. Fuck it. Fuck it. Oh Mann, Scheiße. Wir haben ganz beschissen gestartet. Oh mein Gott, kommen da viele raus. Weil ich hiel mich, wenn ich kurz vor... Weißt du? So lange mach ich den Scheiß. Oh, fahr ich mich noch. Den. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Wir müssen einsteigen. Ich bin drin. Der Teamate. Oh, der RANDOM. Oh mein Gott. RANDOM. Oh Gott, das Auto leuchtet. Jetzt ist er auch noch gestunnt. Ich kann nicht verlassen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir können nicht. Oh, ist der. Aber er hat's auch verdient, Alter. So scheiße. Man kann nicht aussteigen. Wir können nicht schießen. Wir können nicht aussteigen. Wir können nicht fahren. Der ist so scheiße. Das war's. Das war's. Ne, wir packen einfach ohne ihn. Ja, wie geil. Wir überfahren ihn sogar. Wie geil. Wie geil. So ein Nichtsnutz. Ich pack's nicht, Alter. Er verblutet und wir überfahren ihn. Das ist geil. Durchslauf abgeschlossen. Durchslauf abgeschlossen. Krass, wir haben's gepackt. Wir hatten noch ein Leben, aber wir haben's geschafft. Ohne Tutorial. Das war ein bisschen unspektakulär, das Ende hier. Ja, tatsächlich. Einfach weggefahren. Wir werden das zocken. LAN-Party. Wann ist offiziell der Release nochmal? 12.10. Das hast du behauptet. Und rein. Und tschüss.